Ja, hallo, willkommen zu diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen Morgen. Ich bin unterwegs nach Gladbach zur Firma und danach fahre ich mit Paul zu ihm. Wir machen Rechner neu, wir machen neue Designs, wir machen so viel. Und später fahre ich dann noch zur Halle, da kommt der Ferrit, wir machen seine Ventildeckelichtung. Aber vielleicht ist es ein anderes Video. Wollen wir mal gucken. Weiß ich nicht ganz genau. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal unterwegs. Weil ich habe ja auch den Anhänger und der Anhänger ist ja von Paul und sehr wahrscheinlich in dem Paul auch einen Werkstattwagen damit. Oder wir gucken, vielleicht findet er noch mehr Sachen, die er kaufen kann. Ja, ich merke mich gleich ja wieder da oder auf dem Weg zu Paul. Ich war einkaufen, habe da so einen Werkstattwagen gekauft. Das ist aber kein voller, das ist auch so ein kleiner. Bing, Mischwasser auffällt. Wie gesagt, so ein kleiner, einfach nur um Sachen oben drauf zu legen, damit es ein bisschen ordentlicher bei mir aussieht. Und vor allen Dingen auch die ganzen kleinen Teile, die man nicht so oft braucht, würde ich mir dann halt da reinlegen, damit das nicht alles in meinem Werkstattwagen rumliegt. Ja, und hinten auf dem Anhänger ist auch noch ein Werkstattwagen, Paul hat sich eingeholt. Das war auch eigentlich so abgemacht. Den habe ich jetzt nur mitgenommen, weil er günstig war. Ja, also falls ihr was braucht, einfach bei Werkzeugkönig24 mal reinschauen. Und da gibt es dann halt das ein oder andere günstige zu kaufen. Hi! Der Paul hat eben hier in Fünfer gefahren. Was sagst du? Ja, kein VAG, ne? Ja, das ist korrekt. Da steht ja auch BMW. Genau. Bayerische Meisterwerk. Meisterwerk. Sehr interessant. Jetzt mal Spaß beiseite. Reden Sie zu dir, sag mal. Nein, ich bin nicht rasiert. Ist egal. Hat Schub. So, jetzt. Erzähl. Ist gut, ist gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich bin trotzdem bei VAG. Nein, alles gut. Schönes Auto. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Oh, was machen die hier? Weiß ich nicht, was die hier machen. Rohre verlegen. Boah, guck mal. Ich glaube, da ist meine neue Heizölleitung. Wir müssen reparieren den Computer von Paul. Und jetzt fahren wir nach Media Markt. Dürfen wir Werbung machen? Klar. Werbevideo eingeblendet. Ja, okay. Fahrrad nach Media Markt. Gucken wir mal. Wenn Scheiße ist, sagen wir auch, dass Scheiße ist. Ja, definitiv. Ja, also wie bei McDonalds letztens. Ja, das ist... Ey, ich fahre auf deiner Spur. Ich fahre immer auf meiner Spur. Ja, du auch. Rüber mit dir. Du hast es gesehen, guck mal. Drück rüber. Ja. Nur eine große. Gucken wir mal, ob Paul sein Laptop wieder ganz bekommen. Ich muss dich ein bisschen beeilen. Kriegen wir gleich noch eine Vertildecke-Dichtung machen. Ja. Stimmt. Ja. Bei? Ferit. Der kommt nachher. Und M54-Motor. Hui. Hui. So, jetzt, wo die Platte ab ist, fährt der ganz anders. Weil die Platte nicht mehr gegen den Wind drückt. Ja. Ja, ich hab den angeschnallt. Das geht. Ich seh dich jetzt nicht mehr. Das ist doof. Du musst einmal drauf tippen, dann kommt er wieder. Wieso fährt der denn so langsam, Mensch? Ja, weil der tiefer geliebt ist, weiß ich nicht. Das geht nicht. Oh, das war der Reifen. Paul hat mich allein gelassen. Ich mach sein Computer gerade. Wir haben eine Kohle-Lotings gekauft. Also, da. War jetzt ziemlich günstig. Hätt jetzt nicht erwartet, dass bei Mediamarkt so günstig ist. Wie bei Amazon. Das ist ein SSD, hier ist ja so hier so ein Thun-Disk. Und hier 3D, also kein 3D-Flash-Speicher. Letztendlich, wer sich immer so ein bisschen auskennt. So. Jetzt warte ich, dass hier die ganzen Sachen installiert werden. Cool. Dann mach hier nebenbei noch. Noch Updates hier unten. So, da, die ganze Scheibe. Jetzt heißt es veratmen. Paul ist kurz weg. Aber es gibt gleich lecker Burger vom Grillen. Das ist gut. Das Problem ist, ich muss in 40 Minuten theoretisch schon los. Das wird verdammt knapp. Hm. Ich warte noch mal eine halbe Stunde oder so, wenn das dann nicht klappt. Also, wenn ich dann weiß, dass das nicht in die Haut, dann sag ich ihm Bescheid, dass das nicht mehr in die Haut klappt. Wobei, rein theoretisch können wir auch um 6 Uhr anfangen. Aber wobei das wird knapp. Ja. Muss nie jetzt sein. Dann lieber Baubuch oder so. Mal gucken. Was sagen Sie dazu? Ja, erzähl du mal, was hier abgeht. Guck dich das an. Helan, da hinten steht der Router, ganz hinten durch. Ja. Wir haben hier eine Verbindung. 433 MB. Jetzt pass mal auf. 32 MB. 433 MB. Paul? Ja. Ich glaube, da steht der. Da ist der Empfang gerade gut. Hm. Hier. Oh, ich kann mit Gruppo verbinden. Ich glaube, der ist der Empfang besser. Mann, 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 ey. Mit was ich hier arbeiten muss. 10 Minuten hier rum am stehen, nur damit das hier gut ist. Kannst du mal bitte herkommen und mein Handy halten? Ich habe keine Lust hier rum zu stehen. Ja, ich muss ja Kakao machen. Oh ja, muss ja. Komm, ich kann mir hier eine Marke bei Kakao machen. Ja, geh mal. Nee, nee, nee. Der muss ja trotzdem hier rum stehen. Tschüss. Das ist Wenden in 20 Zügen. Minimum. Du drehst ja auch quasi auf der Stelle. Jetzt. Weißt du mal, was du hört? Weil letztes Mal habe ich es so weit rausgehalten. Wie zwei dumme Idioten sich über so ein scheiß Geräusch freuen können. Das ist Turboditzel. Ja, Turboditzel. Turboditzel. Ja, für euch, wir mussten jetzt nochmal los. Wir mussten noch mal los. Hör mal fest hier. Wir mussten noch mal los, weil der Paul hat so tolles, super Internet zu Hause. Ach, haben wir ja gerade eben gezeigt. Stimmt. Ich habe ja Turbogeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit. Runterladen mit gefühlten 100 Kbps, das ist wie bei mir in der Halle aktuell. Und jetzt fahren wir zu deinem Papa. Genau. Papa hat alles. Ja, und der hat noch lange Kabel. Hätte aber was gesagt, echt, wenn wir mal zu mir gefahren haben. Aber ich wohne zu weit weg, dass ich einmal mein Unterfahrt gehöre. Ich habe nur so eine 100 Meter Rolle. Da fehlen vielleicht 20, 25 Meter. Und sogar mein Bruder hat noch eins hängen, das wir nicht brauchen. Das geht bei dem komplett einmal um die ganze halbe Wohnung rum. Naja, wir gehen jetzt mal ins Ruhen, dann hoffen wir mal. Du hast ja gesagt, einfach mal Fassung. Ja, jetzt ist gut. Ja, fast alles. So Leute, ich bin auf dem Weg nach Hause. Das hat sich alles leider etwas verlängert. Und ich musste den Ferry leider absagen. Alles ist ein bisschen kacke gelaufen. Aber man soll mal machen, ist scheiße. Aber naja, es hat ja der Verlänger gedauert, meine Güte. Passiert schon mal. Das heißt, dieses Video ist vielleicht nicht so ganz interessant für euch. Aber wie gesagt, ich bin morgen wieder in der Halle. Und ja, bei Daily Videos ist es leider mal so, dass es nicht so läuft, wie man denkt. Ich hätte auch Arbeitslamot mir angezogen, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass ich zur Halle fahre. Aber anscheinend nicht, wenn ich mir das auch sparen könnte. Ja. Was geht los? Gut, ich würde sagen, danke Leute fürs Zuschauen. Ich will euch jetzt nicht weiter aufhalten. Vielen Dank, dass ihr natürlich das Video hier angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ja, ihr seid morgen wieder dabei. Dankeschön. Nicht vergessen zu kommentieren, liken und natürlich ein Abo und denkt dran, dass der erste Kommentar wird angekündigt. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.